Wir sind Kiweno und mit Kiweno verbinden wir innovative Labordiagnostik zum Selbsttest auf verschiedenen Biomarker mit interaktiver Online-Datenvisualisierung. Also wir verknüpfen die Hardware, die Diagnostik mit der Software. Und was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir komplexe medizinische Daten so aufbereiten, dass sie einerseits jeder versteht und andererseits auch wirklich neugierig sind und bewusst auf positive Veränderungen schaffen. Und das Ganze ist aus einer eigenen Betroffenheit heraus entstanden. Ich habe selbst Unverträglichkeiten gehabt und habe einfach den ganzen Prozess sehr aufwendig und mühsam empfunden und habe mir gedacht, da kann man noch was verändern. Wir haben unseren Webshop circa drei Wochen vor dem Launch online gestellt und wir waren zu Zeit mit uns das Launches schon ausverkauft das erste Mal. Und das hat uns auch gezeigt, dass wirklich ein Markt und ein Bedarf und eine Nachfrage für das Produkt da ist, das wir schaffen. Auf jeden Fall Risikobereitschaft, offen sein für Neues. Offen sein für Kritik und Feedback, weil das ist genau das, was dich weiterbringt. Ja, das Wichtigste ist, wirklich an sich selbst zu glauben.